Mein Name ist Michel Tschantz, ich bin Geschäftsführer vom Betrieb Wetzwil und gleichzeitig stellvertretender Direktor der Franz Gruppen-Fahrzeuge. Hier am Standort Wetzwil haben wir in den Showräumen rund 30 bis 35 Autos, die wir permanent im Showroom haben. Dann haben wir über 200 Lagerfahrzeuge eingelagert von allen Marken für alle Standorte und wir haben einen Gebrauchtwagenplatz von über 120 Fahrzeugen, die immer da sind. Die Franz AG hat sechs Filialen, die sind in der Region Zürich verteilt, Zürcher oder Badener Strassen mietet. In Winterthur haben wir noch eine Filiale in Wollishoven, dann in Glarus und in der Filiale, in der wir heute sind, in Wetzwil. Wir setzen auf Tradition, aber doch versuchen wir zu digitalisieren, alles was nötig ist und was dem Kunden weiterhelfen. Transparent, in jedem Schritt, den man mit dem Kunden macht, das vertraue aufbaut. Das ist unser TZW, unser Ersatzteillager. Hier werden täglich die Garagen schweizweit beliefert, von hier aus. Alles mehrstöckig, aber das ist auch logisch. Hier haben wir zehn Spenglerplätze, natürlich auch mit einer grösseren Richtbank. Hier wird die Arbeit vorbereitet, bevor es lackiert wird. Dann haben wir unsere Kabinen, wo jetzt gerade ein Auto lackiert wird. Die mechanische Werkstatt. Im Gegensatz zum Showroom haben wir hier alle Marken, die miteinander repariert werden. Dann haben wir den Occasionsplatz oder den Gebrauchtwagenplatz. Für die Leute, die gerne vorbeikommen würden, ist er 24 Stunden natürlich Tag und Nacht geöffnet. Wir haben 0% Leasing für ausgewählte Produkte bei verschiedenen Marken. Wir haben Cashprämien für sehr viele Fahrzeuge, die hier sind. Am besten machen sie sich online. Kurz schauen sie, was zu ihnen passt oder kontaktieren sie uns im Showroom. Kommen sie vorbei und lassen sie sich begeistern von den neuen Produkten. Kl218 Projekte Wrends Projekte Bis zum nächsten Mal.